Was hast du gemeint, runtergefallen? Das ist nicht gut. Hä? Das war pur steil, was nach vorne ist. Ich denke, das ist süß, süß. Ich bin auf jeden Fall ganz ehrlich. Da könntest du am Waden liegen, da würden wir hier mal behandeln. Und du? Jetzt warten wir, bis das Kuh runterkommt. Und es abschleppt. Und wenn wir das Kuh runterheißen. Das heißt, wir können das Backen nehmen. Wir können das Abstand haben. Ja, nur Heli dürfen wir nicht. Oder mit der Bahn. Genau. Wir entscheiden, dass wir gleich vertreten. Genau. Aber es kommt gut. Es ist nicht passiert. Es ist einfach so glücklich. Eigentlich sind wir halt im Bärenland Arosa-Hülle. Aber jetzt sind wir ganz ehrlich. Wir sind hier am herzigen Norden. Wir haben jetzt gewartet, bis der Kanadiens kommt. Und wer fliegt und macht. Und gut. Es ist ein Wasserfall. Und es ist ein paar Wochen, dass wir noch mit Wegen haben. Genau. Also von dem her...